Lehrermangel in Schulen, vor allem an Grundschulen, werden einige sagen, das ist nicht schön, aber von heute auf morgen auch irgendwie nicht zu ändern. Fällt eben mal eine Stunde aus. Von wegen mal eine Stunde. Das zeigt ein Fall in Hamburg an einer Grundschule. Dort ist seit Wochen eine Klassenlehrerin erkrankt. Und Ersatz gibt es nicht. Und das geht so weit, dass die Eltern einspringen. Frühstück bei Familie Gottwald. Bei ihnen zu Hause ist es ein ganz normaler Morgen. Sohn Justus ist sieben Jahre alt. Er geht in die zweite Klasse. Anders als zu Hause erwartet ihn in der Schule nicht die gewohnte Umgebung. Es ist so, dass seit kurz vor den Herbstferien die Klassenlehrerin fehlt, die drei Viertel, 85 Prozent der Stunden abgedeckt hat. Und der Unterricht praktisch aufgefangen werden muss von den Kolleginnen, die eigentlich aber gar nicht da sind, die wirklich... Die sind auch krank. Die sind auch krank, ne? Ja. Und sie ist nur einmal wieder arm. Ein Tag. Ja. Und dann war sie wieder krank. Dass die Lehrerin immer krank ist, beschäftigt Justus, schon bevor der Schultag überhaupt beginnt. Denn die Schüler seiner Klasse werden oft in kleinen Gruppen auf die anderen Klassen der Grundschule verteilt. Wir sind halt so oft aufgeteilt. Wir sind immer vier Leute in einer Klasse. Und dann müssen wir halt im Gruppenraum arbeiten. Die Eltern fragen sich, mit sieben Jahren selbstständig lernen? Ein normaler Schulalltag ist das jedenfalls nicht. Die Hefte, also sie haben halt ganz normale Schnellhefter, die sind halt leer ohne Arbeitsblätter. Daran erkennt man es halt auch, dass keine Arbeitsblätter drin sind. Und auch wie sie halt in ihren Schulheften, ich kann ihnen auch gern zeigen, womit sie arbeiten, sie kommen halt einfach nicht so schnell voran. Damit die Kinder nicht gleich am Anfang des Tages in verschiedene Klassen verteilt werden, haben sich die Eltern der 2a zusammengetan. Sie betreuen nun die Schüler mehrmals die Woche in Kleingruppen im Klassenzimmer. Wir sorgen dann dafür, dass ein bisschen Ruhe ist und die ein bisschen Struktur wiederkriegen. Das ist das, was wir... Wir sind dann drei Eltern, weil wir ja auch keinen pädagogischen Hintergrund haben, ist das glaube ich ganz gut auch. Und naja, wir haben die Möglichkeit, das ist in unserer Klasse auch noch ganz toll. Andere Klasse haben die Möglichkeit vielleicht gar nicht, dass da so viele Eltern sind, die sich auch einbringen können. Manche Kinder bräuchten noch viel mehr Unterstützung, gerade jetzt, wenn sie lesen und schreiben lernen. Das ist das Problem, glaube ich, dass vielleicht auch die, die schwächer sind, ein bisschen mehr auf der Strecke bleiben, als jetzt vielleicht die Mittel und gut sind. Aber da können wir Eltern auch nichts machen, ist auch nicht unsere Aufgabe, wir wollen einfach nur da sein. Auch die Schulleitung versucht, die Lücken zu füllen. Doch die Anstrengungen, eine kontinuierliche Vertretung zu finden, waren bisher erfolglos. Sie verweist jetzt auf die Schulbehörde. Für die Eltern ist das nicht hinnehmbar. Wir kriegen ja immer von der Behörde oder das, was wir jetzt geschrieben haben, die Aussage, Entschuldigung, wir können nichts tun. Aber ganz ehrlich, wenn die nichts tun können, wer dann? Die Schulbehörde beantwortet erst kurz vor der Sendung unserer Anfrage. Sie sieht die Schule in der Pflicht. Es gäbe weitere Möglichkeiten, eine Vertretung zu finden. Auch Niklas ist in der 2A. In der ersten Klasse hat Schule noch richtig Spaß gemacht. Der Tag hatte eine Struktur, die Klasse war eine Gemeinschaft. Anders als jetzt. Nachmittags kommt er dann manchmal oder mittags sehr schlecht gelaunt nach Hause. Gerade wenn er dann zum Schluss nochmal aufgeteilt war, dann ist da schon wirklich ein großer Frust und auch ein Großteil Aggressionen, die dann erstmal zu Hause abgebaut werden müssen. Und dann versuchen Eltern und Kinder zu Hause auch noch gemeinsam, den verpassten Stoff nachzuholen. Niklas wird vormittags oft in eine der ersten Klassen gesetzt. Das, was die Kinder dort lernen, kennt er längst. Im Skierurlaub. Also die haben auch andere Sachen. Dann können wir auch nicht in den anderen Sachen so viel lernen. Irgendwann kommt eben jede Improvisation an ihre Grenzen. Arbeiten werden verteilt auf die Schultern, die noch da sind. Und irgendwann sind es einfach zu wenig Schultern. Aus Sicht der Eltern hat die Schulleitung alles getan. Jetzt sei eben die Schulbehörde gefragt. Wir sind eins. ARD.